Guten Tag und willkommen zu diesem Video zur Wundheilung. Heute geht es um Mechanismen, die unser Körper in Gang setzt, wenn Gewebe geschädigt wird, und um die Frage, wie wir ihn bei diesem Prozess unterstützen können, damit wir am Ende wieder ein möglichst optimales Ergebnis haben. Wir steigen in das Thema mit einem Begriff ein, der allen aus dem Alltag bekannt ist. Mit Entzündungen sind wir alle in irgendeiner Form vertraut. Seien es die Pickel, die uns während der Pubertät plagen, eine kleine Hautwunde oder ein Schnupfen infolge einer Entzündung der Nasenschleimhaut. Vielleicht sind wir gar allergisch auf Pollen- oder Nahrungsmittelbestandteile. Dann reagiert unser Körper mit überschissenden Entzündungsreaktionen. Kurz gesagt, Entzündungen begleiten uns ein Leben lang. Aber was ist eine Entzündung überhaupt? Eine Entzündung ist eine Anpassungsreaktion des lebenden Organismus, einschliesslich seines Gefäss- und Gewebe- und Immunsystems gegen schädigende Reize. Der menschliche Organismus reagiert auf jede mögliche schädigende Ursache mit einer Entzündung. Die Aufgaben der Entzündung sind die Bekämpfung und Beseitigung des schädigenden Einflusses, die Verhinderung einer Ausbreitung der Schädigung und die Einleitung von Reparaturmechanismen, um entstandene Defekte zu beseitigen. Ohne Entzündung könnten Wunden oder Infektionen nicht heilen. Eine Fehlfunktion in den Entzündungsmechanismen kann zu Chronifizierung führen, das heisst, dass die Entzündung nicht abklingt. Ein Beispiel dafür ist die chronische Polyarthritis. Wir sehen daran, dass Entzündungsvorgänge durch körpereigene Systeme streng reguliert werden müssen, damit es nicht zu Fehlfunktionen kommt. Dieser Prozess der Regulation von Entzündungsprozessen auf molekularer Ebene ist allerdings bis heute noch nicht völlig verstanden. Die Abbildung zeigt einen akuten Gichtanfall im Grosszehengrundgelenk. In der Fachsprache nennen wir das eine Podagra. Wir erkennen die typischen Entzündungszeichen wie Rötung und Schwellung und die Patientin verspürt starke Schmerzen, schon bei der geringsten Berührung, aber auch in Ruhe. Die Haut fühlt sich im Vergleich zur Umgebung heiss an. Das Gelenk kann nicht mehr schmerzfrei belastet werden und hat somit seine Funktion verloren. Diese Entzündung wird durch scharfkantige und spitzige Harnsäurekristalle verursacht, welche sich in der Synovialmembran der Gelenkkapsel gebildet haben. Die Ursachen von Entzündungen bezeichnen wir als Pathogene oder als Noxen. Pathogene oder Noxen schädigen die Gewebe auf vielfältige Weise. Sie können belebter oder unbelebter Natur sein und aus der Umwelt stammen, also von aussen exogen einwirken oder im Organismus selbst endogen verursacht sein. Zum Beispiel durch Ab- und Umbauprozesse sowie durch fehlerhafte Lebensvorgänge. Da sich kein Lebewesen solchen Belastungen entziehen kann, werden Entzündungsmechanismen zeitlebens beansprucht und sind eine wesentliche Basis der Gesundheit. Die Tabelle vermittelt eine Übersicht über mögliche Noxen. Zu den mechanischen Noxen zählen Trauma, Fremdkörper, Druck oder Reibung. Chemische Noxen, dazu zählen wir Säuren, Basen, Metalle. Physikalische Noxen sind z.B. Temperatur, sehr tiefe Temperatur, sehr hohe Temperatur, Verbrennung, ionisierende Strahlen, also energiereiche Strahlung. Dann natürlich Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Zu den endogenen Reizen zählen Zerfallsprodukte bei Tumoren, also Zellzerfallsprodukte bei Tumoren, oder die Harnsäurekristalle, die wir bei der Podagra kennengelernt haben. Exogene Fremdkörper wären Implantate, also allergische oder Abstossungsreaktionen von Implantaten oder von Transplantaten, also Organtransplantaten. Und immunologische Noxen wären Autoimmungeschehnisse oder Immunkomplexe. Immunkomplexe sind grosse Antikörperzusammenlagerungen, die z.B. die Niere schädigen könnten und so Nierenentzündungen hervorrufen. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Entzündungsformen, akute und chronische Entzündungen. Akute Entzündungen sind immer die erste Antwort auf eine Gewebeschädigung. Sie gehen einher mit lokalen Stoffwechselveränderungen und treten typischerweise akut, eben akut, also unmittelbar nach einer Schädigung ein. Eine akute Entzündung dauert in der Regel wenige Tage bis ein, zwei Wochen. Typische Beispiele wären eine grippale Rhinitis, also ein Erkältungsschnupfen oder die Verletzung eines Ligaments. Halten Entzündungen aber über ihre übliche Dauer an, spricht man von chronischen Entzündungen. Chronische Entzündungen können primär oder sekundär sein. Primärchronische Entzündungen entstehen dann, wenn die auslösende Noxe körpereigenes Gewebe ist. Das ist bei Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose oder Rheumatoider Arthritis der Fall. Das Immunsystem hat die Fähigkeit verloren, bestimmtes körpereigenes Gewebe zu tolerieren und greift es an, wie es andere körperfremde Pathogene angreift. Von sekundärchronischen Entzündungen sprechen wir dann, wenn eine Noxe durch den akuten Entzündungsprozess nicht vollständig eliminiert werden kann. In diesem Fall kommt es zu einer Koexistenz von gleichzeitig schädigenden und reparierenden Reaktionen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Fremdkörper wie Prothesenmaterial oder nicht reservierbare chirurgische Fäden die Ursache der Entzündung sind. Oder wenn grosse Knochentrümmer nach einer Knochenfraktur nicht weggeräumt werden können. Was geschieht jetzt bei einer akuten Entzündung genau? Die akute Entzündung ist das Ergebnis des Zusammenspiels von mobilen Bindegewebszellen, Blutgefässen und Nozizeptoren. Als erstes aktiviert eine Noxe die mobilen Bindegewebszellen. Vor allem neutrophile Granulozyten und Makrophagen reagieren auf eine Gewebeschädigung. Diese schütten verschiedene Botenstoffe, sogenannte Entzündungsmediatoren aus, die nennen wir auch Zytokine, die auf die lokalen Blutgefässe und Nozizeptoren wirken. Diese Entzündungsmediatoren bewirken an den lokalen Arteriolen eine Vasodilatation, also eine Erweiterung, und an den lokalen Venolen eine Vasokonstriktion, also eine Verengung der Venolen. Dadurch strömt vermehrt Blut ins geschädigte Gebiet, kann aber weniger gut abfliessen. Die Folgen sind eine lokale Hyperämie, also verstärkte Durchblutung, die sich in einer Rötung des entzündeten Gebiets äussert. Zudem erhöht sich der lokale hydrostatische Druck und als Effekt der Entzündungsmediatoren erhöht sich auch die Durchlässigkeit der Gefässwände. Die Folgen davon sind Austritt von Blutplasma und die Ausbildung eines Ödems. Wir sprechen auch von einem entzündlichen Exudat. Durch den Einfluss der Entzündungsmediatoren wird die Reizschwelle von Nozizeptoren gesenkt und schlafende Nozizeptoren werden geweckt. Dadurch reagieren die Nozizeptoren intensiver auf lokale Reize und die Folgen sind Hyperalgesie, also erhöhte Schmerzempfindlichkeit, und Allodynie. Allodynie bedeutet, dass der Körper auf normalerweise nicht schmerzhafte Reize mit einer Schmerzempfindung reagiert. Sie kennen das alle. Wenn Sie eine Verletzung, zum Beispiel eine Schürfung, haben und lassen lauwarmes Wasser darüber laufen, fühlt sich das schmerzhaft an. Lauwarmes Wasser ist normalerweise nicht mit einer Schmerzempfindung verbunden. Bereits jetzt werden die Bindegewebszellen in Bereitschaft gesetzt, um die anschliessenden Reparaturmassnahmen zu ergreifen. Es kommt zu einer Vermehrung der Fibroblasten und neue Blutgefässe beginnen ins geschädigte Gebiet einzuwachsen. Entzündungen sind durch fünf typische Symptome charakterisiert. Wir haben die typischen Symptome einer Entzündung bereits bei der Podagra kennengelernt. Aufgrund der vorher geschilderten Mechanismen können wir diese jetzt auch nachvollziehen. Das erste Symptom ist der Rubor. Rubor heisst Rötung. Die Rötung wird bedingt durch die verstärkte lokale Durchblutung. Kalor bedeutet Überwärmung. Auch der Kalor ist bedingt durch die verstärkte Durchblutung der geschädigten Region. Dolor bedeutet Schmerz. Das ist der Entzündungsschmerz, der durch die Erregung von Nozizeptoren entsteht. Und Tumor ist ein allgemeiner Begriff in der Medizin und bedeutet einfach Schwellung. Also nicht jeder Tumor ist ein Karzinom, also ein bösartiger Tumor, sondern der Begriff Tumor in der Medizin beschreibt einfach eine Schwellung. Die Schwellung ist eine Folge des lokalen Plasma-Austritts. Und Funktiolesa, das heisst Funktionsstörung, die erfolgt vor allem aufgrund der Schmerzhemmung, Das belastete Gewebe ist schmerzempfindlich, dann vermeidet man die Belastung und damit kommt es eigentlich zu einer Funktionseinschränkung. Diese klassische Abbildung fasst die Potomechanismen bei der Entzündung nochmals zusammen. Wir sehen hier die Noxe. Am Anfang steht also die Noxe. Sie führt zu einer Zellschädigung. Die Zellschädigung aktiviert jetzt mobile Bindegewebszellen und das resultiert in der Freisetzung von Mediatoren. Die Mediatoren haben jetzt verschiedene Effekte. Zum einen führen sie dazu, dass vermehrt Leukozyten einwandern, also vermehrt weisse blutkörperlichen Einwandern in das Entzündungsgebiet, um die anderen bei der Arbeit zu unterstützen. Dann Zellproliferation, also Vermehrung von Fibroblasten. Die brauchen wir dann, um den Defekt eben wieder zu ersetzen, das zerstörte Material zu ersetzen. Dann haben wir gesehen, kommt es zur Erregung von Schmerzrezeptoren, also Nozizeptoren. Das führt dann eben zum Kardinalsymptom Schmerz und hat eben auch einen Einfluss auf den Funktionsverlust. Dann haben wir die Effekte auf die Blutgefässe gesehen. Es kommt zur Bildung eines Exudates und damit zur Ödembildung. Das führt dann letztlich zur Schwellung und die verstärkte Durchblutung führt zur Rötung und zur Überwärmung. Unter Umständen können gewisse Stoffe, sogenannte Pyrogene, gehe jetzt hier nicht darauf ein, Pyrogene freigesetzt werden, die letztlich über eine Sollwerterhöhung im Hypothalamus zu einer Körpertemperaturerhöhung führen, die wir als Fieber bezeichnen. Nun, was bringt so eine Entzündung? Wozu ist die eigentlich gut? Also Entzündungseffekte, da gibt es positive, aber es kann auch negative geben. Als positive Effekte betrachten wir die Verdünnung von Toxinen. Toxine, das können zum Beispiel giftige bakterielle Ausscheidungsprodukte sein. Die werden verdünnt und damit in ihrer Wirksamkeit reduziert. Die Aktivierung des Immunsystems kann letztlich zur Freisetzung von Antikörpern führen. Durch den Austritt von Blutplasma gelangt Fibrinogen ins Entzündungsgebiet. Das Fibrinogen bildet Fibrin und dieses Fibrinnetz stellt ein Hindernis für die Ausbreitung von Mikroorganismen dar. Das ist also ein Netz, das eben quasi eine Barriere bildet, sodass zum Beispiel Bakterien sich nicht weiter ausbreiten können im Gewebe. Die gesteigerte Durchblutung erhöht die Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr. Das ist auch nötig, weil wir hier jetzt ein Gewebe haben, das einen erhöhten Stoffwechsel hat. Die Temperaturerhöhung beschleunigt den Ablauf von biochemischen Prozessen. Nun, wie gesagt, es gibt auch negative Folgen der Entzündung. Je nach Körperregion kann das Ödem lebensbedrohliche Folgen haben. Beispiele wären die Verlegung von Atemwegen nach einem Insektenstich im Rochenbereich oder eine Schwellung des Gehirns bei einem Schädel-Hirn-Trauma. Überschiessende Entzündungsreaktionen können zu systemischen Effekten, wie zum Beispiel einem Kreislaufschock führen. Und aktivierte neutrophile Granulaziten schädigen nicht nur Noxen, also nicht nur die Schadstoffe, sondern sie schädigen eben auch intaktes Gewebe. Generell gilt, kann die Entzündungsursache nicht beseitigt werden, geht die akute Entzündung in eine chronische Entzündung über und die Reparaturmechanismen können nicht wirksam werden. Die beschriebene Entzündungsreaktion ist der erste Schritt in einem Prozess, den wir als Wundheilung bezeichnen. Das Ziel der Wundheilung ist die Wiederherstellung der anatomischen Kontinuität und der funktionellen Belastbarkeit des Gewebes. Ziel der therapeutischen Begleitung der Wundheilung ist es, diese natürlichen Wundheilungsprozesse optimal zu unterstützen. Kurzfristig bedeutet dies Milderung der Symptome und Schutz vor weiterer Schädigung und langfristig möchten wir eine möglichst vollständige Wiederherstellung der Funktion erreichen. Das Potenzial von Wundheilungsprozessen ist unter anderem auch altersabhängig. Bei Kindern ist es maximal und nimmt mit zunehmendem Alter ab. Die Abbildung zeigt ein Kleinkind mit einer Humrus-Schaft-Fraktur. Das ist ein Röntgenbild, das ist nicht das ganze Kleinkind. Also wir sehen hier den Humrus-Schaft und Sie sehen hier den Frakturspalt am Tag 1. Bereits nach sieben Tagen zeigen sich intensive Aufbauprozesse, die dazu dienen, die Knochenfragmente wieder miteinander zu verbinden. Nach nur zwei Wochen ist diese anatomische Kontinuität wiederhergestellt und nach einem halben Jahr ist nichts mehr von der ursprünglichen Schädigung zu erkennen. Das Ziel der Wundheilung ist es also, das zugrunde gegangene Gewebe zu ersetzen und so weit wie möglich die ursprüngliche Funktion zu erhalten. Das Potenzial für den Gewebeersatz ist allerdings nicht für alle Gewebe gleich. Wir unterscheiden daher zwischen Regeneration und Reparatur. Regeneration bedeutet, dass das geschädigte Gewebe durch ein anatomisch und funktionell gleichwertiges Gewebe ersetzt werden kann. Dies ist nur dann möglich, wenn sich die Zellen, die dieses Gewebe aufbauen, teilen können. Beispiele für solche Zellen sind Fibrozyten und Osteozyten, Epithelien, Blutstammzellen und glatte Muskelzellen. Reparatur bedeutet, dass das geschädigte Gewebe durch ein anatomisch und funktionell minderwertiges Gewebe ersetzt werden muss, weil sich die Zellen, die das ursprüngliche Gewebe aufgebaut haben, nicht teilen können. Dies gilt insbesondere für Skelettmuskelfasern, Herzmuskelzellen, Neurone und Chondrozyten. In diesen Fällen wird der Defekt mit einem Ersatzgewebe gefüllt, das als Narbe bezeichnet wird. Oft besteht bei der Wundheilung eine Art Wettlauf zwischen Regeneration und Reparatur. Je optimaler funktionelle Reize auf das heilende Gewebe einwirken, desto eher kann ein funktionstüchtiges Ersatzgewebe aufgebaut werden. Der Ablauf der Wundheilung wird grundsätzlich in drei Phasen eingeteilt. Diese Phasen gehen fliessend ineinander über. Die jeweilige Dauer der einzelnen Phasen ist abhängig vom Gewebetyp, der Lokalisation und weiteren systemischen Faktoren, auf die ich am Ende dieses Videos noch eingehen werde. Als grobe Faustregel für die Dauer der einzelnen Phasen können wir uns merken, eine Woche dauert die Entzündungsphase, ein Monat die Proliferationsphase und etwa ein Jahr die Organisationsphase. Die erste Phase ist, wie wir gesehen haben, die Entzündungsphase. Ziele der Entzündungsphase sind Schutz vor weiterer Schädigung und Aufräumen des geschädigten Areals durch Entzündungszellen. Die zweite Phase nennen wir Proliferationsphase. Ziel dieser Phase ist die Wiederherstellung der anatomischen Kontinuität. Proliferation bedeutet Zellteilung, Zellvermehrung. In dieser Phase erfolgt also der Gewebeersatz. Allerdings ist dieses neu gebildete Gewebe funktionell noch minderwertig. Die letzte Phase ist die Organisationsphase, die je nach Gewebeart und Grösse der Läsion Monate bis über ein Jahr dauern kann. Ziel dieser Phase ist die Wiederherstellung der Funktion und der Belastbarkeit des neu gebildeten Gewebes. In dieser Abbildung sind die einzelnen Wundheilungsphasen am Beispiel einer Hautverletzung dargestellt. Die Entzündungsphase beginnt mit der Blutstellung. Wird man von gewissen Autoren als separate Phase noch abgegrenzt. Wir machen das eigentlich nicht. Die Blutstellungsphase oder die Hämostase-Phase zählt zur Entzündungsphase. Die Entzündungsphase wird dominiert von den mobilen Zellen des Bindegewebes und den Zellen des Immunsystems. Die Entzündungsphase geht dann sukzessive in die Proliferationsphase über. Durch die Wirkung der Entzündungsmediatoren werden Fibroblasten aktiviert. Diese Fibroblasten, wir bezeichnen sie auch als Myofibroblasten, weil sie gewisse kontraktile Eigenschaften haben, teilen sich und produzieren Extrazellulärmatrix, um das zerstörte Gewebe von Dermis und Subcutis, in diesem Fall hier jetzt bei der Hautwunde, zu ersetzen. Oft erfolgt der Materialersatz in dieser Phase im Überschuss. Das heisst, es wird mehr Gewebe produziert, als eigentlich nötig wäre. Zur Ernährung des neu gebildeten Gewebes sprossen zunehmend Blutgefässe ein. In der Organisationsphase nimmt die Zellteilungsrate ab und es wird zunehmend funktionstüchtigere Extrazellulärmatrix produziert. Gleichzeitig wird überschüssiges Gewebe aus der Proliferationsphase abgebaut. Wenn das Gewebe zunehmend funktionell belastet wird, nimmt auch seine mechanische Festigkeit zu. Insbesondere bei Hautverletzungen, aber auch bei Verletzungen von Gelenkkapseln und Bändern kann es vorkommen, dass auch nach Abschluss der Organisationsphase überschüssiges Material als bindegewebige Narbe bestehen bleibt. Hier ein Steckbrief zur Entzündungsphase. Die Entzündungsphase dauert ca. eine Woche. Das kann kürzer sein, das kann auch je nachdem mal länger sein. Die Ziele sind die Reinigung des Wundgebiets und Einleitung der Proliferationsphase. Die ersten Stunden sind durch die Blutstellung charakterisiert. Das nennt man Hämostase. Und anschliessend werden die Folgen der Aktivierung von Entzündungszellen bemerkbar, die sich in den fünf klassischen Symptomen der Entzündung manifestieren. Wir repetieren sie hier nochmal. Das ist Ruber, Tumor, Kalor, Dolor, Funktionaleser. Der Plasmaaustritt in die Gelenkhöhle nach einer Kapsel- oder Ligamentverletzung kann zu einem Gelenkerguss führen. Ein Gelenkerguss bedeutet, dass wir eine Flüssigkeitsvermehrung im Gelenk drin haben und das Gelenk fühlt sich dann geschwollen an. Wenn sich Blut in der Gelenkhöhle ansammelt, bezeichnen wir das als Hämmachtros. Therapeutische Ansätze in dieser Phase dienen der Kontrolle der Entzündungsreaktion und der Verminderung von negativen Folgen der Entzündung. Der Schutz des verletzten Gewebes erfolgt meist automatisch und ist eine Folge der Schmerzwahrnehmung. Kälte unterstützt die Blutstillung und reduziert die Ödembildung in den ersten Stunden der Verletzung. Anschliessende Wärmeapplikation unterstützt die Stoffwechselprozesse der beginnenden Wundheilung. Kompression und Hochlagern sind ebenfalls wirksam gegen eine zu starke Schwellung infolge der Ödembildung. Nichtsteroidale Entzündungshemmer wie Panadol, Ibuprofen oder Voltaren reduzieren die Bildung von Entzündungsmediatoren und wirken schmerzstillend. Unter Umständen können auch hochwirksame Corticosteroide zum Einsatz kommen, die zum Beispiel bei Schädel-Hirntraumen lebensrettend sein können. Diese Entzündungshemmer wirken immunsuppressiv und reduzieren die Entzündungsintensität und damit die Symptome. Sie können jedoch zu einer Verzögerung der Wundheilung bis zur Chronifizierung führen und sollten daher nur gezielt zum Einsatz kommen. So wichtig die Entzündungsphase für das Einleiten der weiteren Heilungsprozesse ist, so wichtig ist es auch, dass die Entzündung abklingt. Persistiert die Entzündungsphase, kommt es zur Chronifizierung und es kann kein funktioneller Gewebeersatz gebildet werden. Die Dauer der Proliferationsphase ist abhängig von Gewebetyp und Ausdehnung der Läsion. Je grösser der Defekt, desto länger dauert diese Phase. Für Gewebe, die gut durchblutet sind, wie Knochen oder die Haut, dauert diese Phase kürzer als für Gewebe, die weniger gut kapillarisiert sind, wie zum Beispiel Bänder, Sehnen oder die Aussenzone der Menisken. Ziel der Proliferationsphase ist der Ersatz des zugrunde gegangenen Gewebes und die Wiederherstellung der Gewebekontinuität. Biologisch ist die Proliferationsphase charakterisiert durch das Einwachsen von Blutgefässen, wir nennen das Angiogenese, und die Vermehrung von Fibroblasten. Unter dem Einfluss der Entzündungsmediatoren differenzieren sich die Fibroblasten zu Myofibroblasten. Sie stellen eine Art Zwischenform zwischen Fibroblasten und glatten Muskelzellen dar und synthetisieren in grossen Mengen Proteoglykane und Kollagentyp 3, das rasch in grossen Mengen hergestellt werden kann. Damit entsteht eine provisorische Extrazellulärmatrix. Wir können uns vorstellen eine Art Kitz-Substanz, welche die anatomische Kontinuität wiederherstellt. Diese Extrazellulärmatrix ist allerdings noch funktionell minderwertig und Kollagentyp 3 muss sukzessive durch das funktionell hochwertige Kollagentyp 1 ersetzt werden. Mit der Zunahme an Kollagentyp 1 nimmt auch die funktionelle Belastbarkeit des neu gebildeten Gewebes zu. In der Proliferationsphase wird das heilende Gewebe auch als Granulationsgewebe bezeichnet, weil sich um die neu einsprossenden Blutgefässe kugelförmige Haufen von Fibroblasten und Extrazellulärmatrix bilden. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Wundheilung von Hautverletzungen, bei der diese Gewebegranula, diese Gewebekörner quasi, sich gut erkennen lassen. Sie sehen hier das an einem Beispiel, das war eine experimentelle Ätzungsverletzung und wir haben dann hier das Ergebnis fotografiert in dieser Granulationsphase, in der Proliferationsphase und wenn Sie das Gewebe genau anschauen, dann sehen Sie diese Kügelchen, so ein bisschen wie eine Oberfläche einer Brombeere, diese Kügelchen, das sind eben diese Granula, diese Körner und Sie sehen hier diese feinen Blutgefässe, Sie sehen, dieses Gewebe ist enorm dicht mit Blutgefässen versorgt, das Gewebe ist enorm gut durchblutet, das ist wichtig, um eben Nährstoffe und Sauerstoff anzutransportieren, damit die Fibroblasten hier wirklich auch aktive Synthesearbeit leisten können. Diese Grafik zeigt die Zusammensetzung der extrazellulären Matrix im Verlaufe der Wundheilung eines Ligaments. Der Wert 1 ergibt die reguläre Syntheserate des gesunden Gewebes an. Das wäre also Syntheseraten vor der Verletzung. Die DNA ist ein Marker für die Zellteilungsraten. Wir sehen, dass bereits in der Entzündungsphase die Myofibroblasten ihre Syntheserate für Glycosaminoglykane und Typ 3-Kollagen massiv erhöhen. Die Kollagentyp 1-Syntheserate lässt sich nur zaghaft und geringfügig erhöhen. Das Maximum der Syntheseraten für Komponenten der extrazellulär Matrix liegt in der Proliferationsphase. Die mechanische Belastbarkeit des Gewebes nimmt jetzt langsam zu und funktionelle Belastung verbessert die mechanische Belastbarkeit und bereitet die Organisationsphase vor. Die maximale Syntheserate für Kollagentyp 1, das wir uns ja wünschen bei einem Ligament, wird erst in der Organisationsphase erreicht. Zunehmende Steigerung der funktionellen Belastung, z.B. durch eine therapeutische Begleitung, stimuliert die Synthese von Kollagentyp 1 und die funktionelle Ausrichtung der neu gebildeten Kollagenfasern. Die Zellteilungsraten der Fibroblasten und die Syntheseraten für Glycosaminoglykane und Kollagentyp 3, die normalisieren sich jetzt sukzessive wieder. Die Phase mit der längsten Dauer ist die Organisationsphase. Sie wird von gewissen Autoren noch in eine sogenannte Remodellierungsphase und eine Maturations- oder Reifungsphase eingeteilt. Die Remodellierungsphase ist dann abgeschlossen, wenn das Gewebe etwa 60% der Belastbarkeit erreicht hat, der ursprünglichen Belastbarkeit erreicht hat. Das entspricht etwa so der durchschnittlichen Alltagsbelastung. Und die anschliessende Reifungsphase dauert so lange, bis das Gewebe 90-100% der ursprünglichen Belastbarkeit wieder erreicht hat. Wir können uns wiederum als Faustregel merken, dass Bänder und Sehnen nach einem Jahr etwa 80% ihrer ursprünglichen Belastbarkeit wieder erlangt haben. Das Ziel der Organisationsphase ist die Wiederherstellung der funktionellen Stabilität, also möglichst Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vor der Verletzung. Was geschieht in dieser Phase? In dieser Phase nimmt die Fibroblastenanzahl wieder ab. Die Myofibroblasten begehen Selbstmord. Und Apoptose zu einem grossen Teil, also es kommt zu einer massiven Abnahme dieser Myofibroblasten und auch die Anzahl der Entzündungszellen nimmt ab. Jetzt können sich die Kollagenfasern funktionell ausrichten, vor allem dann, wenn sie auch funktionell belastet werden. Und es kommt zur Ausbildung stabiler Crosslinks, was diesen Fasern letztlich ihre grosse Zugfestigkeit verleiht. Nervenfasern wachsen ein und das Gefäßbett wird reorganisiert. Das heisst, das dichte Netz der Blutgefässe, wie wir das gesehen haben, an diesem Finger am Granulationsgewebe, das dichte Netz der Blutgefässe, das während der Gewebeneubildung für den hohen Bedarf an Nährstoffen der metabolisch sehr aktiven Zellen benötigt wurde, wird jetzt teilweise wieder zurückgebildet. Die Wundkontraktion und damit Verkleinerung des Wundgebiets ist eine Folge der Kontraktion der Myofibroblasten. Normalerweise, wie schon angedeutet, gehen die Myofibroblasten gegen Ende der Organisationsphase durch Apoptose zugrunde. Eine Fehlregulation dieses Prozesses kann aber dazu führen, dass weiterhin übermässig extrazellulärmatrix gebildet wird. Das heisst, dass es eben nicht zur Apoptose dieser Myofibroblasten kommt. Das Resultat kann eine überschissende Nartenbildung oder eine mobilitätseinschränkende Fibrose von Gelenkkapseln oder Ligamenten sein. Betrachten wir noch die Heilung von zwei Geweben etwas im Detail. Hier zuerst die Heilung einer Sehnenruptur. Diese Abbildung zeigt die Meilensteine der Heilung einer Sehnenruptur. Abbildung A illustriert die Situation in der Proliferationsphase. Die Gewebelücke ist mit Granulationsgewebe gefüllt. Die Myofibroblasten produzieren in grossen Mengen extrazellulärmatrix. Die anatomische Kontinuität ist damit wiederhergestellt. Aber Sie sehen, die extrazellulärmatrix zeigt noch keine funktionelle Ausrichtung. Die neu gebildeten Kollagenfibrillen, vor allem auch vom Typ 3, liegen da kreuz und quer in der Gegend. Die Abbildung B zeigt die Situation zwei Wochen später. Die Myofibroblasten und Kollagenenphasen beginnen sich zunehmend in Zugrichtung zu orientieren. In Abbildung C zeigt die Situation nach Abschluss der Remodellierungsphase. Das neue Gewebe hat weitgehend die räumliche Ausrichtung des ursprünglichen Gewebes wieder angenommen. Hier sehen wir schematisch noch einmal die grosse Bedeutung funktioneller Belastung auf das heilende, straffe Kollagene-Bindegewebe. Erst durch zunehmende, sukzessiv gesteigerte funktionelle Belastung kann das Gewebe seine Funktion wieder optimal zurückerlangen. Hier in A sehen wir die vollkommen fehlende Orientierung neu gebildeter Kollagenenfaser. Im Dehnungs-Belastungsdiagramm hier, Stress heisst die Belastungs-Strain ist die Dehnung, im Dehnungs-Belastungs-Diagramm sehen wir, dass das Gewebe sich durch Zug leicht dehnen lässt. Dehrenfügige Belastung führt zu einer grossen Dehnung, grossen Strain und das Gewebe reisst schon bei geringen Belastungen. In B hat sich die räumliche Orientierung der Fasern verbessert, sie ist jedoch noch nicht optimal. Im Dehnungs-Belastungs-Diagramm sehen wir, dass das Gewebe steifer geworden ist und sich nicht mehr so leicht verlängern lässt, die Reissfestigkeit hat sich aber nur geringfügig verbessert. Und in Abbildung C ist die räumliche Orientierung der Kollagenenphasen optimal. Die Phasen sind vollständig in Zugrichtung orientiert und können so Zugspannungen im Gewebe optimal kompensieren. Die Dehnbarkeit des Gewebes ist nur noch gering und die Reissfestigkeit hat massiv zugenommen. Für die Heilung von Skelettmuskelfaserverletzungen hat sich die Biologie etwas ganz Spezielles ausgedacht. Skelettmuskelfasen können sich ja nach der Geburt nicht mehr teilen. Man könnte also annehmen, dass Skelettmuskelfaserverletzungen immer zu Narbenbildung führen. Das ist aber effektiv nicht der Fall. Jede reife Skelettmuskelfaser wird von sogenannten Satellitenzellen begleitet. Satellitenzellen sind eine Art schlafende Myoblasten. In der Embryonalzeit entstehen Skelettmuskelfasen durch Verschmelzung von zahlreichen Myoblasten. Diese Satellitenzellen sind eigentlich ein Mitbringsel aus der Embryonalzeit. Quasi embryonale Urmuskelzellen. In der Abbildung sind diese Satellitenzellen grün eingefärbt. Unmittelbar nach einem Skelettmuskelfaserriss entsteht im Verletzungsgebiet ein Bluterguss. Die verbleibenden Abschnitte der Muskelfasen stossen geschädigte Myofibrillen Anteile und Zellkerne ab und schliessen ihre Zellmembran. In die Lücke zwischen den Skelettmuskelfasenstümpfen wandern Entzündungszellen, hier Violett und Rosa, gefärbt. Makrophagen faguzitieren die Zelltrümmer und durch die freigesetzten Entzündungsmediatoren wandern Fibroblasten, hier hellblau, und Satellitenzellen ein. Also die Entzündungsmediatoren wecken jetzt diese schlafenden Myoblasten, diese Satellitenzellen. Nun beginnt ein Wettlauf zwischen den Fibroblasten und den Satellitenzellen. Die Satellitenzellen wandern in die Lücke ein, teilen sich und versuchen eine Brücke zwischen den Skelettmuskelfaserstümpfen aufzubauen. Wenn die Fibroblasten zu schnell sind, kann dieser Prozess durch die neu gebildete Extrazellulärmatrix behindert werden. Die Satellitenzellen verschmelzen miteinander und bilden kurze Skelettmuskelfaserschläuche, in der Abbildung als Myotubes bezeichnet. Im Idealfall verschmelzen jetzt diese Myotubes mit den Skelettmuskelfaserstümpfen. Damit wird der Defekt mit neuem Zellmaterial überbrückt. Anschliessend werden die noch fehlenden Myofibrillenanteile synthetisiert und die Skelettmuskelfaser ist vollständig geheilt. Wir sehen also, dass Skelettmuskelfaserrisse vollständig geheilt werden können. Die Bedingung ist allerdings, dass die Lücke zwischen den Skelettmuskelfasern schmal ist. Bei grösseren Muskelfaserrissen können grössere Hämatome entstehen. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Fibroblasten schneller sind als die Satellitenzellen, weil die Lücke eben sehr gross sein kann. Das Ergebnis ist dann eine bindegewebige Narbe zwischen den beiden Skelettmuskelfaserstümpfen, die sich zu einer Art Zwischensehne entwickelt. Bei grösseren Skelettmuskelfaserverletzungen kann es daher Sinn machen, das Hämatom chirurgisch auszuräumen und mittels einer Naht die Muskelfaserstümpfe einander möglichst anzunähern. Dann haben die Satellitenzellen wieder gute Chancen, den Wettlauf zu gewinnen. Wir wissen, dass die Regenerationsfähigkeit von Skelettmuskelfaserverletzungen mit zunehmendem Alter abnimmt. Wenn Satellitenzellen für Reparaturprozesse zum Einsatz kommen, muss sichergestellt werden, dass sich das Reservoir an Satellitenzellen nicht verringert. In der oberen Abbildung sehen wir, dass die methodische Teilung von Satellitenzellen eine Polarität aufweist. Eine der beiden Tochterzellen migriert ins Entzündungsgebiet und teilt sich weiter zu Myoblasten. Die andere Tochterzelle wird wieder zu einer ruhenden Satellitenzelle und steht als Reservoir für zukünftige Reparaturprozesse zur Verfügung. Mit zunehmendem Alter verlieren die Satellitenzellen die Fähigkeit zur polaren Teilung. Die Folge ist, dass in diesem Fall beide Tochterzellen in den Reparaturprozess einbezogen werden. Dadurch verringert sich das Satellitenzellreservoir zunehmend und damit auch die Möglichkeit, Muskelfaserverletzungen zu reparieren. Eine Folge davon ist die Sarkopänie, das heisst ein irreversibler Muskelschwund bei älteren Menschen. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Wundheilung. Wir unterscheiden dabei lokale Faktoren und systemische Faktoren. Zu den lokalen Faktoren zählen wir das Ausmass der Gewebeschädigung. Je ausgedehnter eine Verletzung ist, desto länger dauert der Heilungsprozess. Auch die Art der Gewebeschädigung spielt eine Rolle. Ein scharfkantiger Schnitt heilt besser als ein Riss oder eine Quetschung. Und geschlossene Wunden heilen besser als offene Wunden, bei denen ein Infektionsrisiko besteht. Auch die Blutversorgung lokal spielt eine Rolle. Eine gute Blutversorgung fördert den Wundheilungsprozess. Wir können diese Blutversorgung unterstützen, z.B. durch Wärmeapplikation. Mechanische Belastung hemmt die Wundheilung in der Entzündungsphase und fördert die Wundheilung in fortgeschrittenen Phasen. Weiter spielt die Exudatmenge eine Rolle. Eine grosse Exudatmenge, also ein grosses Ödem, verzögert die Wundheilung. Es macht auch einen Unterschied, ob eine Wunde chirurgisch versorgt wird oder nicht. Wir unterscheiden PP- oder PS-Heilung. PP-Heilung ist Heilung per primam intentionem. Und diese ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ohne Bildung von Ersatzgewebe, d.h. typischerweise mit minimaler Nahtenbildung, erfolgt. Dies wird ermöglicht durch den chirurgischen Wundverschluss, z.B. durch eine Haut-, Sehnen- oder Bandnaht oder bei Frakturen durch Osteosynthese. Als PS-Heilung oder Heilung per secundam intentionem bezeichnen wir eine Heilung ohne chirurgische Intervention. Im Gegensatz zur PP-Heilung dauert sie in der Regel länger, ist durch die Bildung grösserer Nahten charakterisiert und resultiert unter Umständen in nicht optimalen funktionellen Resultaten. Auch die Muskelatrophie spielt eine gewisse Rolle und wenn Muskeln zu stark atrophieren, verzögert dies die Wiedererlangung der ursprünglichen Funktion. Wundinfektionen oder Fremdkörper haben immer einen ungünstigen Einfluss auf die Heilung. Zu den systemischen Faktoren zählen wir das Alter. Je älter wir werden, desto mehr nehmen die regenerativen Potenzen unserer Gewebe ab. Chronische Erkrankungen können eine wichtige Rolle spielen, z.B. Diabetes mellitus, Arteriosklerose, aber auch psychische Krankheiten wie Depressionen oder Stress haben einen negativen Einfluss auf den Wundheilungsverlauf. Übergewicht, Adipositas, d.h. Bodymassindex über 30, können sich negativ auf die Wundheilung auswirken. Und auch die Verabreichung von Medikamenten, also insbesondere von nichtsteroidalen Antiflogistika, also Entzündungshemmern und Steroiden, kann die Wundheilung verzögern. Wir sehen uns hier noch in einer kurzen Übersicht die wichtigsten Rehabilitationsziele in den Wundheilungsphasen an. Also in der Entzündungsphase, da geht es darum, Blutstellung zu unterstützen und möglichst mechanische Belastung zur Vermeidung, weil eben die Gefahr besteht, dass das Gewebe erneut verletzt wird. In der Proveliferationsphase versuchen wir, die lokale Durchblutung zu fördern. Wir stimulieren die Synthese der Extrazellulärmatrix durch dosierte Matrixbelastung und wir verhindern Muskelatrophien und Bewegungseinschränkungen in den Nachbargelenken. Dann in der Organisationsphase setzen wir die Förderung der Entwicklung einer funktionell hochwertigen Extrazellulärmatrix fort. Auch hier geht es darum, Bewegungseinschränkungen, Muskelatrophie und Fehlbelastungen zu verhindern. Und natürlich ist das Ziel jetzt hier, die Patienten auf die Alltagsbelastung vorzubereiten. Im Handout finden Sie jetzt noch Hinweise für die Praxis und Übersichten zu Heilungszeiten häufiger Verletzungen. Diese sind eher zum Nachschlagen als zum Auswendiglernen gedacht. Hier endet diese Einführung in die Wundheilung. Zahlreiche Themen konnten nur angeschnitten werden und werden in weiterführenden Unterrichten vertieft und ergänzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.